Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Hunter Rise. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallihallo meine lieben Zuschauer, ihr seht gerade übrigens richtig, wir sind nicht zu Anfang in der Quest und das hat einen sehr, sehr guten Grund. Nämlich habe ich in den Kommentaren in der letzten Zeit sehr viel Negatives gegenüber Sunny mitbekommen und das war überhaupt nicht schön. Ich will da auch heute mal ein Machtwort sprechen. Hört auf den Sunny in den Kommentaren so hart zu flamen, dass er nutzlos sei. Der Sunny hat deswegen schon teils keine Lust mehr die Kommentare zu lesen. Also bitte hört auf damit. Wir stehen hier extra gerade deswegen hier so ernsthaft, weil wir unbedingt deswegen mal reden mussten. Sunny, möchtest du dazu auch noch irgendwas sagen? Ja, ich kann das soweit nur bestätigen und ja, ich habe dem Ganzen nichts hinzuzufügen. Ich wollte das nur mal ansprechen, wir sehen uns gleich in der Quest. Das ist übrigens jetzt die dringende Quest, die wir heute haben. Der Randale-Quest, ihr Quentes bei Randale, alles was ihr schon kennt, schneide ich raus. Bis gleich. Und dann, bis gleich. So Leute, wir sind in der Quest. So Leute, da ist das wie auf das wir alle gewartet haben. Nur dafür haben wir diese Quest hier überhaupt. Ja genau, schieß drauf, der bricht aber glaube ich jetzt eh durch. So. 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 So, so eine, wir reden. So, so ein bisschen, das war ganz schön. ein kleines Affinität wird dann kannst du in den Gang kommen ein kleines ich hab nichts gekriegt ich wurde runtergebrüht und hab ich auch nicht nur du da ist ja auch durchgebrochen bevor wir irgendwann aufstellen konnten solle erst die hier auch das tor gerichtet hier steht schon die maschinenkanone bereit er sitzt das andere ding passt auf die windeffekte auf das ist nicht ganz angenehm kai hat das Vieh schon mal bekämpft mehr als einmal so kann ich da hinschießen pam ja kann ich Aua das tut weh sonst ja auch ihm ist schon was gebrochen ich hab nämlich den Nebenquests so Zeit für meine Maschinenkanone und natürlich muss unser bester Kumpel jetzt endlich auftauchen dein Einsatz Vogel kann man den Schweife abtrennen? denke schon ne? ja den kann man abtrennen wollen wir dann den erstmal nicht abtrennen? oh Gott das Vieh ist Gott wow das Vieh ist Gott er tut erbändigen er tut erbändigen er tut erbändigen nicht nur erbändigen dann mach doch luftbändigen wenn er jetzt nach Wasser schießt und feuer dann ist er der Avatar hehehehe wenn manche wie das Video nennt wir gegen den Avatar gegen das Avatar Monster meinste und um den Schaden vom Tor möglichst gering zu halten möglichst die Steine aus der Luft wegfallern bevor sie es verschießen kann Sani schweif das ist wichtiger hör auf den Weg hör auf den Weg geh auch nur auf den Schweife und lass die Fahrer am Boden liegen wuuu ich mach sein ich mach ich hab Pirouetten gemacht wuuu lass mich mal treffen Sani das ist lustig das ist der Windgefekt den ich meinte der ist witzig der ist witzig ich bin tot der ist unangenehm ich würde mal sagen das war eine Art Wasserbändigen wenn jetzt noch Feuer kommt dann ist es wirklich der Titel oh oh so ich bin wieder zurück das müsste ich mir meine Kanone zerlegen Jo Mooby hilft mir ein bisschen so so au das hat weh getan aber endlich ein großes Monster ein großes und gefährliches Monster darauf habe ich die ganze Zeit gewartet das ganze Let's Play über und natürlich darauf meine Kollegen in die Luft zu jachten hey dort ist das nur auf Amos Bomber ist hier ein Drachenspieler den wir nutzen können ich fliege nur ich sehe nicht viel davon ich sehe gleich die ganze Zeit durch die Luft ich sehe gleich die ganze Zeit durch die Luft mann vielleicht kriegen wir die 20 Elementarpesten noch durch Hilfe okay das ist das Wasserbändigen das ist das Wasserbändigen vielleicht ist das wirklich der Avatar wir wollten nicht wissen was für irgendwas dazu kommt der U £ sleech hat nämlich noch ein Gegenpart das sieht hat der U% nog ein Gegentag huuuuii ich sehe halt nur die Luft huuuihihi äh teils voll ich würde das als Feuerbeding bezeichnen ok wir haben den Aba zu als Gegner Mann Oh Gott, jetzt kommt wieder das Rappending Fallt ihn runter mit dem Vieh Schießt ihn runter Er will mich oben bringen Renn von ran Kündigt euch lieber um die Steine Der Rest ist weniger wichtig Oh Gott, ich hab wieder viel zum Schneiden Ich seh halt meine Aufnahme Das Schöne ist, ich seh aber wenigstens dadurch auch, was passiert ist, während ich weg war Und was wir unten Was wir unten in Tatnamenwörtern hier rausgehauen haben, während ich weg war Das seh ich auch Wir waren doch ganz harmlos Ich weiß nicht, was ihr von euch gegeben habt, aber ich werd es sehen Wir waren ganz harmlos, ja nichts getan Da sind wir doch immer Irgendwas ist schon wieder gebrochen, Windschlange Ibushi Der Schwanz ist ab Was? Ist er? Ja Wie ist er denn? Quasi unter seinem Gesicht Was? Ja, hier Was? Das kleine Stück Das ist ne Schuppe Das ist ne Schuppe Das ist ne Schuppe Stück vom Schwanz Das ist ne Schuppe Das ist ne Schuppe Es nimmt wirklich aus wie ne Schuppe Wart mal Na schade, ist noch nicht einsetzbar 222 Charme mit dem Landschirm Ach komm, für irgendwas muss man ihn ja mal einsetzen Noch ne Bambusbombe Die sollten noch mal ein paar von den Automatikdingern aufstellen So, ihr dürft uns mal helfen, ihr dreckigen Ich hab ein paar Automatikschütze aufgestellt Also ein paar Bomben und Ach, ein paar Kanonen Und Noch eine Balliste Ich bin heute offenbar nicht ganz da Alles gut Das geht schon mal So, ich hab ihn gebunden Er ist fast tot Komm, wir kriegen den Avatar tot Wir schaffen das, was Zuko nicht geschafft hat Ne, dann müssen wir ihn ja fangen Trim Tod hat Ne, wir schaffen Was der Feuer noch nicht hinbekommen hat Was der Feuer noch nicht hinbekommen hat Was der Feuer noch nicht hinbekommen hat Ne, 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 ne Ne, ne, ne Ne, ne, ne Ne, ne Tosin, Ozai Alle anderen Feuerlords vorher Ja Naja Ich mein, der, der den Krieg angefangen hat Hat die doch gekillt gekriegt, oder nicht? Ja, den Den alten Und der Und der war schon Angetratzt Der hat so Der giftige Vulkan, das eingeartmet Danach wird's da auch nicht so schnell wieder aufstehen Aber war Roku Ja genau, den Roku Den hat doch Einen Feuerlord umgebracht Hohene Da ne, mal tot auffallen Da ne, mal tot auffallen Er wurde von Gott an gospel Sp Item wir werden die flächen nicht nur meine ich habe schon an die ansage geht noch mal die fläche zwar nicht sonst kriegt der perra bahn also ich meine zu sein hat rufen getötet und wie sei hat gegen angekämpft wird man so rum ja so ist die geschichte abgelaufen ja hat und wenn wir gut umgebracht nein hat man ja mich nur verscheucht wir sind dafür das game wir können wieder shoppen leute ich will mein geld zurück ich bin jetzt ich bin jetzt weg sonst kriegt nachher sonst kriege ich noch ja leute das war's mit diesem partner solange jetzt keine Zwischensequenz kommt sehen wir uns bei der nächsten Folge tschüss 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 Was ist das? Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020